Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr unseren Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute gehen wir komplett mal durch den Europapark und schauen uns die neuesten Sachen wieder an. Also viel Spaß dabei. Tschüss. Hallo zusammen. Heute möchte ich euch wieder mal mitnehmen. Oh, hier eine ganze Horde Jugendlicher im selben Dress. Das Wetter ist wieder traumhaft schön, aber hallo? Schaut mal hier vorm Dom. Warum? Ich glaube es ja nicht, dass ich weiß, was es ist. Schaut mal her. Wahnsinn. Oh, jetzt mal wieder richtig schön gesehen. Hallo. Wie viel Freude hast du uns da mitgebracht. Und jetzt gehen wir mal weiter. Tische stehen schon da. Stühle. Okay. Gehen wir mal nochmal hier rüber. Ein Schwenk. Ach, da seht ihr es. Ein Traumbild. Ein Traumbild. Ein Traumbild. Und im Dom drinnen, da muss auch was sein. Die Türe ist offen. Da guck einfach mal rein. Komm mit. Aha. Da wird was gerichtet. Schaut mal her. Die alten Kehrtkarussells. Ach ja. Mit wie viel Liebe das alles gemacht worden ist. Jetzt mal mal hier hinten vom Brunnen. Da nehme ich euch mal mit. Wenn es zum Haupteingang geht. So. Okay. Gehen wir mal durch dieses Kassenbereich. Oben grün, 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 grün. Rot. Grün, grün. Also. Ticket zeigen. Dann sag ich doch. Hallo. Schön wieder, dass ihr dabei seid. Es freut mich jedes Mal. Dann gehen wir mal weiter. Oh, da ist rot. Da ist niemand. Also nebendran. So. Okay. Jetzt sind wir. Seht ihr es? Hier ist der Brunnen. Ah, irgendwie habe ich das jetzt falsch geschnitten. Erst muss ich natürlich zum Brunnen gehen, wo die Toiletten sind. Und dann durch den Kassenbereich. Egal. Lasst es einfach auf euch wirken. Und ich kann euch sagen. Mein Firmenwagen habe ich heute dabei gehabt. Aber es lohnt sich bis zum Schluss zu schauen. Ansonsten. Vielen Dank fürs Anschauen. Bleibt bitte gesund. Und passt auf euch auf. Martin. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ach, ich bin heute wieder mit meinem Auto hier und da dachte ich mir, ich filme es euch auch einmal. Dann wisst ihr, was ich fahre. Vielen Dank fürs Anschauen. Der Rest kommt gleich. Martin!